Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Von einer Versicherung erwartet man gute Leistungen und erstklassigen Service, gleichzeitig will man aber auch Prämien sparen. Aber wie? Am einfachsten geht das mit dem Telefon und mit der Coop Televersicherung. Wenn Sie auf diese Nummern anrufen, wird Ihren Anruf im Coop Telecenter von kompetenten Beraterinnen und Beratern entgegengenommen. Statt dass Sie lange ein Formular ausfüllen müssen, können Sie alles per Telefon erledigen. Unter der Nummer 01 839 39 39 sagen wir Ihnen direkt am Telefon, wie viele Prämien Sie sparen. Das Angebot stellen wir nach Ihren Bedürfnissen zusammen und nicht so, dass wir möglichst viel daran verdienen. Weil wir weniger Geld für die Verwaltung und gar keines für den Aussendienst ausgeben müssen, können Sie bei uns viele Prämien sparen. Statt der Haufen Papier und Bürokratie kommen Sie von der Coop Televersicherung einfache und übersichtliche Unterlagen rüber. Im Moment wird ja viel über freie Prämien und Deregulierung bei der Versicherung geredet. Um was das ein Tag genau geht und vor allem, was das für die eigene Versicherung bedeutet, das weiss der Herr Schober von der Coop Televersicherung. Ab 1. Januar 1996 können alle Versicherungsgesellschaften ihre Prämien in der Autoversicherung selbstständig festlegen. Man kann darum auf dem Markt Angebot vergleichen. Und die Kunden haben 1996 ein ausserordentliches Kündigungsrecht. Und was muss man jetzt unternehmen, damit man diesen Termin nicht verpasst und die neuen Möglichkeiten richtig nutzen kann? Sie können bereits jetzt bei uns nach telefonisch informieren lassen, wie günstig so eine Autoversicherung sein kann. Wenn eine neue Autoversicherung bereits 1995 abläuft, können Sie schon jetzt wechseln. Vielen Dank, Herr Schober. Für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, habe ich noch einen wichtigen Tipp. Unterschreiben Sie keinen neuen Vertrag für das 1996, bevor Sie nicht der Coop Televersicherung angelüttet haben. Die Leitungen sind jetzt besetzt. Läuten Sie an 01 839 39 39. Versichert sind Sie bei uns aber auch für gesunde Ernährung. Zum Beispiel, wenn Sie sich für Kellogg's Cornflakes entscheiden. Ist es nicht gut zu wissen, dass Kellogg's Cornflakes aus urgesundem La Plata-Mais sind, der 140 Tage an der Sonne reift, und dass sie Eisen enthalten und schon eine Schale ein Viertel ihres täglichen Bedarfs an vielen wichtigen Vitaminen deckt. Aber wissen Sie denn eigentlich auch noch, wie gut Kellogg's Cornflakes schmecken? Für Frischprodukte von höchster Qualität garantiert auch die Marke Trattor. Neben den feinen Gemüse- und Eierspätzchen gibt es von Coop Trattor auch Ravioli, Tortellini und Tortelloni mit lustigen Füllungen. Die Zubereitung von diesen Köstlichkeiten ist denkbar einfach. Schon nach zwei bis drei Minuten im kochenden Wasser können Sie zum Beispiel die Tortelloni mit Ricotta-Spinat-Füllung anrichten und geniessen. Ein Besuch in unserer Trattor-Abteilung lohnt sich also für alle, die gerne gut essen, aber nicht immer so gross kochen. Jetzt, wie jede Woche, noch ein paar Aktionsangebote. Und zwar offeriert Ihnen unsere Getränkeabteilung ein Harascope-Citro für nur 5,50 Euro und ein Harascope-Greyb oder Orange für nur 6,10 Euro. Vier Dosen Roseton in Öl kostet nur 3,50 Euro. Vier Dosen Ton au naturel ebenfalls nur 3,50 Euro. Unsere Pfanneserie Inox mit Maskeala ist je nach Grösse 3 bis 6 Franken günstiger. Und drei Pack Fixes Ultra 3 Hösliwindle Boy und Girl nach Wahl kommen Sie 22 Franken günstiger rüber. Auch diese Woche haben wir einen Preisabschlag. Trocknete Aprikosen, Sunray, kostet nur noch 3,20 Euro. Im Coop-Restaurant heisst der Tipp vom Küchenchef übrigens «Tagliatelle al Salmone» und kostet auch den feinen Teller nur 9,60 Euro. Das war es schon für heute. Sie wissen, dass Beraterinnen und Berater der Coop-Televersicherung noch bis heute Abend um 10 Uhr auf Ihren Anruf warten. Rufen Sie also an und lassen Sie sich überraschen, wie viele Prämien Sie mit unserer Versicherung sparen können. Auf Wiedersehen!